Die positive Sommer, oh oh oh, die positive Sommer, oh oh oh, ist der positive Sommer. Wuhu, wuhu, wah, wah, bam, bam, yeah. Hey, du bist dran geblieben? Sehr gut. Jetzt hier Teil 2 Olympia Disziplin Boxen. Ja, hier geht's jetzt um Haare und Nägel. Ich finde es einfach auch witzig, die bunt zu lackieren, so wie die Farben der Olympischen Ringe sind. Ja, ich habe jetzt schwarz da weggelassen und grün, weil ich einfach diese Kombination hier jetzt so ganz cool fand. Such dir auch einfach die Farben raus, wie du magst und lackiere deine Nägel. Ich drehe mich jetzt um und zeige dir, wie der Zopf, ein ganz normaler Zopf, von hinten so geht, also wie ich den mache. Und was ich mir dann so noch dabei gedacht habe. Ja, ja, ich finde Zopf einfach cool, locker, flockig, lässig. Boxen ist auch irgendwie lässig, cool und naja, deswegen habe ich mir jetzt mir gedacht, einfach ein schöner Pferdeschwanz. Aber so, dass man halt das Zopfgumme nicht sieht. Runter, hoch. So, einfach ein bisschen lockern, lockern, alles ein bisschen rausziehen und dann nochmal ein bisschen festziehen. So, das ist jetzt ja doof, weil man das Zopfgummi sieht, das möchte ich nicht. Und deswegen nehme ich mir eine Haarnadel, dann ganz einfach eine Strähne, so ein bisschen aus der Mitte raus. Auch ruhig, also muss jetzt nicht ganz so dünn sein, ne, also so jetzt hier. Und dann drehe ich diese Strähne einfach um mein Zopfgummi rum. Dann sieht so ein einfacher Zopf schon gleich viel stylischer aus. Fertig! Na, neugierig geworden? Dieser Song heißt Sixties. Ich habe zwar jetzt keinen Sixties-Style, aber, oh mein Gott, in diesem Song habe ich sowas von einen Sixties-Style. Und zwar richtig hoch hinaus. Neugierig geworden? Dann einfach mal jetzt reingucken bei Bunny Music. Come on! I like my Sixties outfit It makes me feel so comfy Only my Sixties outfit Takes me down, down the street We need back to the Sixties I like my Sixties outfit It makes me feel so comfy Because my Sixties outfit Looks so great From my head to the feet Gefällt's dir? Wenn ja, dann abonnier doch gleich am besten den Kanal Und schau dir einfach mal an, was es bei Bunny Music so noch tolles für schöne Videos gibt Und für tolle Musik Und das war ja jetzt eigentlich nur die Vorarbeit für letztendlich das Accessoire, was noch dran kommt Das Accessoire, das kommt natürlich im Teil 3 dran! Genau, jetzt gibt's hier noch Teil 3 Und da siehst du Accessoires und Outfit! Ja, weil so in ganz schwarz ist mir ein bisschen langweilig Habe ich mir auch noch was Kleines überlegt Also bleibt dran! Und es schaut dir jetzt auch Teil 3 an! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!